das waren simple 1000 niemand das essen ich weiß es nicht okay aber es war leicht verdientes geld würde ich sagen weiter hier hin und günstig das hier wird wohl nicht machbar sein 2000 kronen sorry aber keine lust auf selbstmord war dann aber 115 und 130er rüstung für 800 auch viel günstiger kriege ich die nicht nehmen wir noch mit 30 90er ja er hier okay es wird langsam da das haben wir hier 100 kronen aber waren dann noch königshafen brete aufträge sind wirklich gerade ein bisschen schlecht 160 kronen will er haben damit er uns unterhält die nacht über sagen gibt mir mal alles was alles was du hast wir rauben ihn einfach mal aus ist das hätte eine laute und 169 kronen alles klar hat sich gelohnt schließlich söldner und keine enge ist da muss was dabei sein oder 540 gold übrigens except sagt es denn das laute wert der auch nicht wird dann verkaufen wir die nachher in der stadt sonst gibt es nichts interessantes hier also gehen wir prägens jagen da hinten im sumpf unglücklich so was und ich hätte nahrung mitnehmen soll ich hoffe die haben nahrung marksmann und raiders jetzt muss man kein lied dabei aber mehrere marksmann die wieder taff werden aber ich hoffe mal dass unsere rüstung jetzt einfach mal was tut für uns mal gut auch so müssen wir irgendwas zum drecks wasser raus allerdings können wir auch erst mal schießen das ist schon mal weg der staat die als jemand vorrückt auf uns die kompletten position das ist schon jetzt halt ziemlich ungeschützt hier gegen schluss von ihm hier einfach mal das mal einen schuss überleben ich habe wohl nicht so viel verlangt sein und schießt gar nicht gut ist mir recht gut wartet und langsam vorrücken Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe sie immer noch außer Reichweite. Okay. Blöd, dass ich nicht treffe. Der trifft dafür. Sehr gut. Sehr schön. Das ist unpraktisch. Weitere mal eine Runde. Du kannst da hin. Du kannst nicht da hin. Schade. Okay. Okay. Er hat wie getan. Das war ein Kopftreffer. Okay. Okay, Reposter. Okay. Okay. Shit. Split Shield. Ja, Mist. Okay. 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 Mhm. Amen. Aua, aua. Ist nicht mein Sargent schon wieder. Gut. 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 Sehr gut. Gut. Der flüchtet auch. Und der flüchtet auch. Das war's. Alles klar. Weiß nicht, ob sich seine Rüstung lohnt. Können wir es mal versuchen. Zeiteinheiten. Eine Rüstung sieht nicht so schlecht aus, oder? Nehmen wir einfach beide, glaube ich. Falls die jetzt nicht mehr flüchten, sterben. Und dem down. Er hat keins. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Okay. Ja. Und dann die Messer. Zeit. Nicht die Rüstung kaputt machen, die brauche ich noch. Der ist erledigt, okay. Und trotzdem Rüstung nicht getroppt, schade. Oh, fast. Okay. Okay. It's over. Ich nutze es hin. Level 1 Heini. Heini ist gelevelt. Oh, Rüstung haben wir. Ja, 210er. Immerhin. Nahrung ist auch da, das ist wichtig. Oh, einer will sich uns anschließen. Ja, okay. Wenn's nix kostet, ne? Was haben wir denn dafür eingekriegt? R12. Naja, er hat zumindest Potenzial. Zumindest hat er Potenzial. Aber erstmal musst du da hin. Aber wenn er Potenzial hat, dann können wir auch noch gleich kämpfen lassen. Ich krieg da mal so eine 110er Rüstung hier. Ich krieg den Helm von einem von denen. Den Speer von dem Letzten, neben der gerade abgekratzt ist. Ich darf es ein Glück versuchen, denke ich. 110er Rüstung haben wir noch irgendwann mit etwas Schlechteren. Da unten D. Na, na, was? Erzähler, okay. Dann kriegst du die hier. Right. Gut. Da ist jemand ohne Messer. Du. Okay, ich level mal noch. Ähm. Schleinkampf, sehr schön. Äh, Hitpoints, nie verkehrt. Und Range Defense, würde ich sagen. So, Rotation hat er schon. So könnte man tatsächlich Crossbow Mastery geben. Ja, da wird nichts anderes mehr als ein Crossbow haben in dem Spiel. Lange erlebt zumindest. Gut. So ein Warprint. Two-Handed Sword, 50 bis 75. Das ist deutlich besser, das Great Sword. Das ist auch besser. Okay. Dann. Dann tun wir die Teile trotzdem mal. Gut. Tut gut. Bei unserer 540 Kronen noch abholen. Na, das läuft doch mal. So langsam wird's. Dankeschön. Was haben wir da noch? 1,150 Kronen. Rating Parties. Ich werde den Auftrag jetzt noch annehmen. Und dann aber auch die Aufnahme beenden. Dieses Mal. Ich denke mal, jetzt können wir uns langsam an so Sachen auch anwagen. Äh. Ihn hier müssten wir allerdings noch mal kurz in die Reserve schieben. Dafür kommt dann der Kollege rein. Und der braucht auch ein Speer. Der braucht ein Messer. Gut. Ja. Ich bin mal gerüstet für den Auftrag. Jetzt klingelt ihr das Telefon. Das heißt, ich beende jetzt die Aufnahme. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Condor Trade. Ich bin mal gerüstet für den Auftrag. 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 Ich bin mal gerüstet für den Auftrag.